So Freunde, sprechen wir heute über Cardano. Einerseits sehen viele einen Crash aufgrund von Celsius Liquidationen und andererseits sehen auch viele einen starken Anstieg in der Zukunft aufgrund des neuen Partners Vodafone. All das und noch viel mehr schauen wir uns heute bei Cardano an. Also klären wir erstmal das Positive. Vodafone benutzt Cardano zum NFT-Minden und teilt es auch auf Twitter. Sie wollen anscheinend NFT-Kollektionen auf Cardano minden und vergeben. An sich ist es definitiv ein Erfolg für Cardano, aber es wird stark überbewertet. Wie meine ich das? Naja, wenn eine Smart Contract Plattform nun aus den Top 500 irgendwo unten in der Liste Vodafone als Partner bekommt, dann würde es sowohl vom Hype wie als auch von der Anwendung her sehr viel ausmachen. Jedoch ist der Kryptomarkt als Ganzes lange nicht mehr dieser unerforschte Bereich, bei welchem wir uns über jede große neue Web 2.0 Firma freuen müssen. Wenn man sich nun die Top 40 anschaut, dann sind solche Partner mittlerweile gang und gäbe und nichts besonders mehr am Kryptomarkt. Große Unternehmen, Regierungen und Enterprises aller Art legen nun ihr Fundament im Bärenmarkt. Was nun ein Top 7 Projekt angeht, wird es wohl im Hype wie als auch in der Anwendung nicht spürbar durch Vodafone steigen. Vielmehr verschafft Vodafone sich vor allen anderen Konkurrenten Sympathie bei der Crypto Community. Ob sie den Service, also hier NFTs, eng an den Service integrieren oder doch nur kleine NFT-Kollektionen minden, ist fragwürdig. Kommen wir zu den negativen News, bei Cardano und auch da sehe ich alles mäßiger. Also, Celsius will 170 Millionen US Dollar in ADA, Solana und Matic liquidieren und in Bitcoin und Ethereum umwandeln, um diese den Geschädigten auszuschütten. Je nachdem wie viel ProCoin verfügbar ist, könnte das bei einem abrupten Verkaufen natürlich den Preis kurzzeitig nach unten drücken. Das größte Problem bei solchen Liquidierungen durch Behörden ist, dass es sie nicht interessiert und sie meist alles auf einmal verkaufen. Wenn eine Börse nun Coins swappen will in höheren Beträgen, warten sie auf gute Preiszonen mit viel Liquidität, wo sie ihre Ein- und Verkäufe unterbringen können und machen es klug und stetig langsam. Insolvenzbeamte jedoch machen das nicht so. Also könnten die hier drei genannten Coins definitiv bis zu schätze ich mal 15% fallen. Jedoch muss man wissen, nur weil ein Coin ein bestimmtes Volumen hat, heißt es nicht, dass bei bestimmten Preisen keine Einkaufsorder liegen, welche den Abfall abbremsen können. Solana beispielsweise hat viel Schlimmeres gesehen und sich erholt. Also diese 170 Millionen US-Toll in Relation sind wieder nur Angstmache. Was mir jedoch wirklich Sorge bereitet, ist die Entwicklung bei Binance und der politische Druck der Amis. Bevor wir jedoch zu Binance kommen, lasst mich kurz das Thema um Cardano klären. Mit Cardano habe ich persönlich im letzten Boran die größten Gewinne gemacht. Ich hatte jetzt leider kein 1000x Projekt dabei, aber man merkt schon wie ein 100x Anstieg das Portfolio irrational hochzieht. Hätte ich im letzten Bärenmarkt so einen Graphen erstellt, wäre Cardano hier oben rechts. Jedoch waren das andere Zeiten bei Cardano und wir waren dort stark unterbewertet. Diese Zeit ist jedoch vorbei und ADA ist jetzt fair bepreist oder sogar überbewertet. Wenn wir uns diese Tabelle hier anschauen, dann sehen wir wie die Top 10 Projekte versagt haben. Der Durchschnitt der Top 200 war ein 127x Anstieg und wir sehen wie rot die Top 10 waren. Dennoch kaufen die meisten Menschen blind Top 10 Projekte. Es ist wie immer das warme Gefühl der Sicherheit, die Unwissenheit und die Faulheit. Anders kann ich nicht beschreiben, warum jemand Top 10 Projekte kaufen sollte. Bitcoin und Ethereum und eventuell dieses Jahr XRP sind Ausnahmen, aber ansonsten sind alle Top 10 Projekte im Vergleich schreckliche Investments. Kommen wir zu Binance. Immer seltener wird mein Binance Talk als FUD betitelt, denn eins ist klar. Wenn eine Börse weltweit nicht handeln darf und überall Lizenzen verliert oder abgelehnt wird, dann ist die Börse schwer behindert und in ihrem Handeln unterdrückt. Somit fällt die Reichweite, das Volumen und folglich auch die Liquidität auf diese Börse und es droht bei ungedeckten Kundengeldern eventuell ein Bankrun. Kein kluger, seriöser Investor würde seine Kundengelder mit den Entwicklungen der letzten Zeit auch nur für eine Sekunde lang weit auf Binance lassen. Erst kamen die beiden Klagen gegen Binance und CC. Dann wurde Binance US behindert und wird jetzt vom Gericht und der SEC untersucht. Binance US konnte gerade so einem Asset Freeze und folglich einer Hinrichtung entkommen. Dann wurde Binance aus Frankreich vertrieben, dann die Niederlande und jetzt wurde die beantragte Lizenz in Deutschland von der BaFin abgelehnt. Ehrlich gesagt hätte ich den politischen Einfluss der SEC auf Europa mittlerweile schwächer eingeschätzt, aber sollten weitere Länder diesem Beispiel folgen, sehe ich schwarz für Binance. Umso glücklicher bin ich, dass meine Partnerbörse Bitpanda die BaFin Lizenz in Deutschland bekommen hat und reguliert ist. Diesen Monat verlose ich 500 Euro für alle treuen Community-Mitglieder, die sich über meinen Link registrieren und KYC abschließen, damit man euch Geld senden kann. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.